Ich bin halt in unserer Pause und ich hab komplett Essen gekocht. Hey Patrick! Ja? Rot, Rot... Nicht nochmal! Und jetzt Battle-Remix! Rosen! So... Ich denke, das ist ganz geil. Das gefällt mir! Okay, Wyatt, dann! Kinder! Kinder, ihr Rinder! Hast du denn gestern mit Nico noch länger gemacht? Die Frage ging an Franz. Ich hab gestern noch bisschen 8, 9, 9 gemacht. Also heute. Was? Ja, boah, war ich noch dewig los. Hunger! Aber dafür, dass du sagst, dass du um... Ah, doch, ja, doch, könnt ihr hinhauen. Da hat er gesagt, so 6 Uhr ist er wach. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind, aber... Könnt doch auch hinhauen. Ich dachte, ihr seid... 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 ...aber das ist gar ruhig. Ja, hier ist das Ulf nicht still irgendwie, ne? Ja, hier ist das Ulf nicht still, irgendwie, ne? Ja, im G. da zu eben, ne? Markierung, bitte. Hast du ne Platte, Carsten? Wann hab ich? Ne Platte? Nö. Ich hab eine. Abmarkten. Möchte einer von euch ne Bogen haben? Kannst du mitnehmen. Neb ne Armbrust. Er schlackt dann so geil. Nimm die Patrick. Nimm die Platte Patrick. Ah hast du schon. Ne die 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 der Dings da der Franz markiert hat. So dann weiter Lupe ne. Können wir schon kaufen? Ne. 2, 5, 4, 4, 5, 7, 8. Ich hab die da. Dann würde ich schnell die Lupe holen dann können wir lauter gucken. Wir gehen schön zusammen. Also. So. Patrick ist direkt dabei. Ihr seid ja eh schon da. Nix ist doch eh schon. Auftrag abgeschlossen. So. Jetzt können wir mal kaufen oder? Jawoll. Kann man Munition aufladen hier. Genau. Kannst du aufladen. Hier drüben ist dein leichtes Entgehen. Rose wie ich. Rote Rose. Du bist wieder süß. Schatz. Die durch euch. Auf zu jammern und gib mir dein Geld bitch. Oh ich auch mal zu meiner Freundin. Guck die mir immer so gut an. Böser. Wo ist er denn? Kann man das Ding nicht auch benutzen? Kann man das Ding nicht auch benutzen? Vielleicht. Ja. Ihr stellt mich hier hin. Soll ich jetzt Munition wollen? Ja von mir aus gerne. Nimm das Ding doch mal an da. Sag mal. Ich will den Raketenwerfer eigentlich. Dann nehme ich halt den hier. So. Hier die Claymore. Die setze ich nochmal gerade. Flipp. Okay. Wenn jemand die Stacheldraht findet. Das ist so eine legendäre MP5. Dann könnt ihr ihn dir gerne im Scheiß sagen. Super gerne nehmen. Das Gas nähert sich dir. Ja. So was wollen wir machen? Ja die Lupe würde sich anbieten ne. Was anderes ist hier nicht. Seine Richtung sind Schlüsse. Ich kann das markieren. Ausdrücken. Also ich bin zwar jetzt voll. Aber wenn in Zukunft irgendwer noch Raketen über hat ne. Ich hab drei ja. Ja also wie gesagt nicht jetzt. Aber irgendwann mal. Ja. Wende ich mich an dich. Ich würde gerne auch die zweite Kiste holen. Ja. Da ist er doch. Ne ist nicht der Hildrat. Aber egal. Arschgrauer Himmel ist auch schon mal gut. Arschgrauer Himmel. Ja. Das ist auch so ein Schatzsuchenspiel. Je was wir hier machen. Ja. Ja die Kiste ist nur noch ab angemessen. Alter Carsten ist mich wieder schocken. Überraschung. Der hat wohl auch vorhin geschossen. Sollen wir vielleicht grad ne Ausrüstung kaufen? Hä? Ne Ausrüstung. Plattenkiste würde ich sagen. Jo. Da läuft jemand. Der Franz. Deswegen wir brauchen sein Geld. Wir sind auf sein Geld angewiesen. Aber der läuft weg. Da oben ist einer geflogen. Ja da kommt keiner. Genau da. Ja. Weiter hinten war auch jemand im Fallschirm. Also. Wow. Oh. Was war das? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Ritek mit Explosiv-Munition. Echt jetzt? Das war eine gewisse Atombombe. Irgendwann. Alter. Ich will doch nur. Hey. Dreckige Tasche die mir jetzt geklaut worden ist. Boah. Oh sorry. Ne ist schon in Ordnung. Ne aber zehnmal. Also mich regt das mit dem Spiel auf hier. Zehnmal muss ich schon die Waffe wechseln. Beim Shop wurde einer geholt. Da. Es bewegt sich was. Hand dich jetzt ohne über uns. Ah. Schade. So. Was machen wir jetzt? Geh mal kaufe. Beim Shop wurde gerade einer wieder geholt bei uns. Ja gut. Dann suchen wir mal auf dem Hashtag Sensor. Ja jetzt. Ich würde gar nicht ohne kaufen. Jetzt ist gerade noch wer anders dran. Ähm. Aber wenn du da bleibst. Per Brügging. Dann können wir das gleich noch mal probieren. Der ist so geiler Typ. Ich hab zwar noch kein Wort von ihm gehört. Aber ich freu ihn. Der ist in der Luft. Ach da. Panzerfaschel kommt sofort. Ihr müsst zu mir kommen. Ihr ist er. Hier ist ein Teil deiner Panzerung. Der Steffen sagt gar nichts mehr. Ja was soll ich denn sagen? Ich gebe mal Geld für die Drohne. Wer auch immer was kaufen will. Ja ich bin abgehauen. Sie alle hier vorne. Ich bin eigentlich gut in der Zone. Steffen gib mal Geld. Für zum Bounty gehen. Dankeschön. Ich brauche noch ein bisschen was. Dann kann ich ihn mir auch noch selbst wieder blieb holen. So. Lass du mal hier hoch. Genau. Da hoch gehen. Guck mal hier unten in Hills wäre ne Flagge. Ja. Lass das mal die Ausrüstungsliefung kommen. Kommt an der Leiter hoch. Ja. Dachte jetzt der Patrick ne. Dachte jetzt der Patrick. Nein. Ja. Ich liebe es. Einfach diese komischen mobilen Deckungen irgendwo hinpflanzen. Das ist so lustig. Da vorne geht noch. Ja. Ich kann nicht pinnen. Genau. Oh jetzt kann ich pinnen. Okay. Bisschen weiter weg. Nein 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 du du du. Das sind zwei Kisten ne. Wir können ja erstmal gucken. Wir gehen jetzt auf dem Dach ein bisschen näher. Da ran und dann gucken wir mal. Beobachten. Also es geht mir auf den Sack. Wenn ich ständig. Wenn ich mal so 1, 2, 3 Einlagen bekomme. Okay. Aber wenn es ein Permanent ist. Geh mir auf den Sack. Ich weiß nur nicht wann. Herr Brügging. Boah ey anstrengend. Brügging chill doch mal dein Leben ey. Ist doch. Wenn du es weißt. Da muss man raten. Wie kann er weiß. Also momentan sind wir ja erstens noch dabei. Und zweitens schon voll. Und wenn gleich einer nicht mehr will dann. Gehen wir da hin ja. Das ist ziemlich nice finden. Warte mal. Ich gucke mal kurz. Uh. Weiß ich tun. Weiß wo mir das kann man da hin. Die zweite Kiste ist weg. Oder? Ich lasse die T2-Boot noch machen. Ich lasse die T2-Boot noch machen. Wenn wir alle selbst die Leute wollen. Was? Da kann ich nicht drauf. Oh. Der Carsten sitzt schon unten in Richtung. Ah ja ja. Ich bin ja hier unten. Ich warte nur auf euch. Ja komm wenn der Carsten nicht will dann gehen wir da hin. Ja genau. Ja. Einer musste doch da hin. Nein. Die sind doch eben. Oder? Das war die letzte Runde. Ich klinge geil. Achtung. Hier geht's schon. Ja die Treppe hoch. Ich war alle hier. Alter wie die fliegen ey. Oh das sind Feinde. So ein Team. Ich geh zum Loader-Turmisch der Geist und Slimer. Das bleib ich tief da oben. Der brauchte. So. Ich kann einen Brand nicht mehr da rausholen. Was im ganzen Bus hier. Da ist. Ja jetzt hab ich sie. Okay. Guck mal hier ist ne Flagge. Oder im Boneyard. Die würde sich eher anbieten. Die ist hier vertrieben. Ne 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 ne. Hier die Flagge. Die Flagge. Die hier ist. Ja schon. Klar die ist näher dran. Aber ob die günstiger ist. Ich war ne Scheißküste. Ich war ne Scheißküste. Ich war ne Scheißküste. Ja ich hab auch. Ich hab auch aber keine. Warte komm her. Ich hab du jetzt flüssig. Ich hab 6. Ja. Du hast aber schon auch einen Schuss. Ich hatte nix. Achso. Dankeschön. Gott. Lieb von dir. Das kannst du wieder mitnehmen. Das grüne. Genau. Dann nimm das wieder mit. Das ist prima. Hast du dich denn mitnehmen? Ja. Nicht du. Der das dahingelegt hat. Achso. Dann nehm ich halt mit. Aber noch nicht fertig sicher. Das ist erst die Zone kommen. Du bist hier zwei Minuten chillen. Hier auf dem Ding will ich auch nicht sitzen. Dann lass uns weggehen. Es ist, es ist, es ist, es ist ein bisschen. Lass weggehen, lass weggehen. Lass weggehen. Lass weggehen. Du hier geh. Ey, aber ich würd sagen. Ich will, ich will auch nicht hier lungern. Also ich bin im Bus. Hier geht's ganz gut. Hier sieht mich keiner. Naja. Ich hab auch nur so. Digga, ich hab auch nur so. Digga, das ist viel gelockt. Ja, ich komm da auch nicht. Ich hab auch so scheiß Lass da nicht drauf. Ah, ich geh hier rein. Ja, ich geh rein. In die viele Häuschen. Also ich hab noch ne Munitionskiste, ne? Hebe die auf, wenn wir alles durchballern von Weitem. Dass wir dann noch Munition haben. Aber sicher. Ja. Aber sicher hier. Sichidigi. Ja, ich geh rein. Oh, Bruder. Ich war jetzt gesucht auf die Dach. Direkt neben mir. Direkt neben mir. Ich komm mit dir auf. Ja, ich geh rein. Wie schnell der da aber ging. Ich hab die gar nicht, kaum schießen gehört. Und da liegt der. Ja, ich hab auch direkt davon drauf. Und der ist irgendwie reingerannt. Also. Aber keine Kunst. War aber auch feucht. Feucht. Ja. Ja. Ich find die so goldig, ne? Die Waffen. Oh, jeden Sonderkroner. Bitte. Wohnger. 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 Eine Sekunde vorher. Fertig. Wohnger. 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 Die brauchen die. Die brauchen die Kuntler. Machen. Ja. Das glaub ich nicht. Das. Ich bin auch nicht. Das habe ich nicht. Ich gucke mal auf ein Dach nach. Ob da oben mal irgendwas liegt. Airport, ich hasse den Airport. Ja, wir müssen mal zum Airport irgendwie oben drauf kommen, kommt man da überhaupt oben drauf? Wir könnten uns nen Heli besorgen irgendwie. Ja, woher denn? Willste einen kaufen oder was? Ja, zum Beispiel. Okay. Ja, laufen mal oder was? Ja, müssen wir ja. Ja, wir können auch fahren, aber... Ja, wir müssen jetzt in die Sicherheitszone erstmal, das ist wichtig. Erst schießen, wenn die uns bemerkt haben. Ich kaufe mir grad schnell ne Selbsthiederbelebung. Ja, wir sind nämlich im Nachteil. Ich kaufe ne Drohne. Ich kaufe ne Gasmaske. Ja. Wiegst du sich vorne? Ich hör das. Hier, ich hab hier noch Geld. Ich mach das mal hier hin. Verkauf mal einer. Verkauf mal einer. Einfach eine Drohne oder so? Ich hab die Drohne oder so. Ich hab die Drohne. Und dann hier Gasmaske und das war auch egal. Kann ich mir gucken. Vorhin war ein Gegner hier oben. Rechts war ein Auffall. Rechts war ein Weg. Rechts war ein Weg. Ich würd sagen, wir gehen wie nach rechts. Davon da haben welche geschossen. Nur ich will jetzt nicht links über den offenen Friedhof da laufen. Aber was das ist. Direkt vor uns. Direkt vor uns. Direkt vor uns. Der ist sogar sichtbar. Panzerung weg. K.O. Links, links. Oh, guck mal. Aufm Berg. Ich geh hier hoch aufs Haus. Bis für ne andere Pose zu finden. Kann niemand sehen. Ich rücke dort hinten vor. Genau bei lila. Einer K.O. Da hinten ist einer K.O. Da hinten ist einer K.O. Ja, da waren 2 K.O. Vom Airport kommt da vorne noch. Bin dahin unterwegs. Ah, hier war einer. Ja da war einer K.O. Da war einer K.O. Oh, dich leiden, Digga. Ich komm dich holen, warte. zurück hatte war dann nicht fertig wiederbeleben stopp ich heute schon schuld und schuld das ist eine andere mehr wird kann auch noch einer kommt zu uns wir gehen dann rechts und da bewegt es heute als deckung also den die ich ko gemacht hat der und noch nicht bestätigt oder wieder bei einer reine meine auch nicht auf zweiter gemacht man die wohl beide nicht um die ecke war eine charlie und kappen kreis der rutsche und tut mir anwesieren und ich bin dort was soll ich da machen ja was soll ich auf der flagge immer ich habe ein trofisystem gefunden mittleres kaliber hier soll mal fahren sollen wir auf das haus gehen hier die flagge holen wo war ich mit dem auto ja also flagge wäre schon ganz geil damit wir uns irgendwo damit wir genauer wissen ob wir einsetzen können und irgendwo weißt du entweder auf dem berg oder in ein häuschen oder ich will bescheid wissen das ist wichtig geh doch da hoch doch da wurde gerade geschossen da kommt bewegung wo war das warte ich bin noch im haus ich komme zu euch ich weiß nicht ob wir wirklich drauf sind ich wollte sich allein aufs dach gehen wieder runter laufen weil ich Angst habe da hoch zu gehen weil das ist irgendwas explodiert seitdem hat sie vier auch gejagt hier war hier oben ja das ist okay pass auf da mann ich habe vorhin geschossen ne wohnt hier irgendwer an dem flughafen oder wir müssen jetzt das einrichten ja wir müssen das auf jeden fall sichern jetzt ja gut das bringt relativ wenig sag ich mal wenn wir das jetzt sichern weil gleich haben wir ja eh schon die nächste zone ein paar sekunden aber trotzdem weil wir können noch was kaufen vielleicht hier kommt nochmal warte mal warte mal warte mal wir könnten pass mal auf die kürze hat hier noch jemand platz für eine abschlussserie komm her ich kaufe eine drohne so und ihr könnt euch noch geld geben und dann ich habe jetzt eine drohne wir haben jetzt ich höre noch eine ich habe ich habe ich habe wir könnten da unten in diesen eingang reingehen auf die links 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 da hier liegen auf jeden fall drüber also spuren des campes sag ich mal so ja kommt ja nicht hoch geht unten bei mir ich bin ja hier kommt mal in mein trockenlabor kommt man hier unten die aber cool ich kann es hier runter geht ich mach die tür zu bei mein trockenlabor was ist hier euer okay gerade ist hier nur ein bisschen eng ne eng ist gut im gut ich bin oben an der tür in der ecke genau oben wir können ja gleich mal eine drohne hochjagen so jetzt auf jeden fall eine ganz nahe kiste die hoffen sag mir bescheid wenn einer hochkommt ist hier unten bei unten kommen so viele jetzt hat einer ein trophiesystem gezündet oder gestellt von euch nein dann war das hier irgendwo in der nähe von einem gegner Digga der Schatten liegt noch so hart hier oben Gegner ja das stimmt nicht mehr Gegner hier da Gegner ich hab markiert Gegner wenn ihr euch nicht sehen dann macht langsam ja der hat mich gesehen aber ist nicht schlimm der schießt nicht wir könnten ja gleich wenn die wenn das Gas bei uns ist hier oben hin weil dann haben wir High Ground mhm lass erstmal warten weil die die hier oben sind können uns abschießen ja natürlich also die die auf dem Flughafendach sind die sind natürlich Haier ja so jetzt ganz leise sein Digga ganz leise sagst du mit der Flugzeugturbine im Hintergrund 15 Leute noch 15 2 Kills insgesamt bitte bitte hat die Tone geht bestimmt irgendwo hier hin oder da hin ich hab einen Ausschlag auf dem Herzschlag Sensor vom Flughafen geht jetzt weiter rechts etwas jetzt nicht mehr wir können hier die auf dem beautiful wieder Ausschlag kommt näher 38 Meter 37 ja vom Flughafen wir müssen hier raus 20 20 20 jetzt ist rechts hier unten können wir nicht raus der entfernt sich wieder aber nach rechts Richtung Gas wir können hier unten raus Hören die unten raus. Ich komm runter. Magst du das C4 vielleicht noch schnell mitholen? Da oben. Habt ihr alle Gasmasken? Ja. Dann haben wir jetzt Rechtszeit. Nimm doch noch das C4 mit, bitte. Warte, da oben hingelegt hast. Das könnte uns den Arsch retten. Hab ich schon. Achso, okay. Okay, wir müssen hier links raus, ne? Dein Laser, der gefällt so hart auf. Deswegen trage ich noch die Blumen. Würden wir links oder rechts rausgehen? Über uns, über uns Gegner. Jo, einfach. Auf dem Herzrachsinn. Kommt, die kommen hier durch. Die kommen hier durch. Wo wir herkommen. Eins Mal später. Die sind über uns. Ja, denke ich auch. Wir müssen jetzt, weil das Gas kommt auch, ne? Ja, die sind über uns. Die sind jetzt hier genau auf der Linie. Ja, das Gas. Kommt. So, und hier kurz mal unten vor uns. Zwei. Über uns, rechts auch. Oh, hier direkt. Ja, alles gut. Du würdest auf dem Selbstwiderleben um die Kronen, ne? Ja, das hat noch. Irgendwie. Du hast ja Klasse schlagen. Ah, krass. Ab, Steffen. Dein, dein Buss. Steffen, kann ich doch. Ja, hier heilen. Steffen. Boah. Steffen, was machst du? Team ausgelöscht, Mann. Gelebt doch wieder. Ich hab doch nicht mehr Gas. Aber die sind Gas, ne? Ich hab doch ein Drohner, die sind Gas. Vielleicht wäre der, würde er abgaben. Ne, ne, ich hab noch, ich hab noch eine. Zwei, zwei. Nachladen, nachladen. Drohne erreicht. Zwei Gegner, die könnt ihr sehen, die könnt ihr sehen. Ja, ja, ja. Komm, Steffen. Ja, warte, warte, warte. Jetzt nicht zerkacken, Alter. Einer ist oben rechts, der ist jetzt im Gas. Warum auch immer. Hast du noch eine Drohne? Ne. Ich dachte, der hättest du aufgenommen gerade. Die sind beide da oben. Ja, ja. Komm, wir bleiben hier unten. Die wissen nicht, wo wir sind. Einer ist wieder im Gas, etwas. Herzschlag, Seine. Weiter links. Steffen, weiter links. Einer direkt vor mir. Ja, bei mir. Steffen, wir sehen, der hat Steffen, wir sehen. Der K.A.D. Einer K.O. Komm, Steffen, den holst du dir. Da hinten, hinten, da hinten. Oh. 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 Junge. Der Steffen hat mich nicht so untermerzen gehört. Mann. War das wieder intens. Mann, Alter. Vor allem, als ich wieder da lag, ne, tot. Die haben sich nicht für mich interessiert, ne. Die hätten mich erledigen können, aber haben sie nicht. Oh, mein Herz wieder. Mein Herz wieder. Mein Herz, ey. Mein Herz, ey. Ich krieg gleich, ey. Karsten, du hast die Nummer von meiner Frau. Wenn ihr Händen fackt, komm mal, rufst du bitte an. Ficken. Na dann, hätten wir das. So, wer will, jetzt. Scheiße. Die Lotte schreibt, boah. Ja, guck mich auf. Ich glaub, das ist mein erstes Game ohne Kill. Ja, also irgendwie, ne, das war ziemlich spärlich hier. Ich hab einen Kill, ne, einen Kill. Einen hab ich, einen hab ich. Aber ist ja scheißegal, hauptsache. Ich habe ein Blات. feelings. Ich nehme an. contiene. Ja, ich mache.